Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Billie Eilish hat sich vor Gericht gegen einen aufdringlichen Fan zur Wehr gesetzt, der sich mehrfach Zugang zu ihrem Elternhaus verschaffen wollte, um Eilish seine Liebe zu gestehen. Immer wieder müssen sich Stars vor Gericht gegen aufdringliche Fans zur Wehr setzen. Jetzt hat Billie Eilish gemeinsam mit ihrer Familie Anzeige gegen einen 39-jährigen Mann erstattet, der Berichten zufolge Anfang des Jahres immer wieder versucht habe, auf das Grundstück ihres Elternhauses zu gelangen. Der Vater von Eilish hat TMZ gegenüber berichtet, dass der Mann bereits im Dezember versucht habe, ins Haus zu gelangen, um der Sängerin seine Liebe zu gestehen. Eine Anzeige gegen den Mann wurde bereits mehrfach erstattet.